alles was nützlich ist wird jetzt geholt speicher und dann töten wir das hier direkt vor unserer nase du hast noch einen heiltranken und schmächtigen so kriege ich jetzt meine ruhe aber krieg noch ein stück fleisch also kräuter gehen wir definitiv nicht aus okay da ist eine age von der ok vier schritte nach osten kann ich in die richtung ja nicht ist und dann zwei nach süden 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 hier kantik hier hier nein aber osten ist hier ach süden also 1 2 3 4 1 2 hier bingo mimic zepter schad of protection force field special attack willpower plus 4 energy dexterity du machst energy vitality was bringt mir willpower eigentlich alles energy points und so weiter ne da hat sich der da nicht so wirklich gelungen vor allem weil das frost field mehrere charges braucht egal secret ist secret je mehr wir finden desto besser ja das ist die kristallminen die sind heftig gut jetzt zurück in den hub mach mal licht dann gehen wir wieder hier hoch zurück in den jetzt geht es endlich wirklich in den bock werde ich mir überlegen was ich mit dem nächsten schlüssel mache vielleicht benutze ich den in der kanalisation und an den crossbow zu kommen weil crossbow gefällt mir irgendwie mittlerweile schon sehr gut ok hier einmal durch bitte da hinten sehe ich übrigens auch noch so ein force field bist du eins oder bist du du müsstest eins sein ja gut und das hier ist der super tolle wurf au gut den hätten wir schon mal geschafft jetzt müssten gleich ein haufen stechmücken kommen au die waren zum glück fast keinen schaden mehr sind trotzdem nervig hier ist nichts da sind noch mehr stechmücken sehr viel mehr stechmücken wow das war ein guter treffer das auch ah da kommt noch ein schwarm und weg mit dem ok stechmücken kein problem mehr ein erdloch noch ein weg pilz und stechmücken on the mass oh riesenkröte hallo geht weg so was hast du mir gestohlen mein orb dich finde ich nicht sehr nett äh und dass sie gleich stirbt finde ich auch nicht so nett so du kriegst deinen orb wieder du kriegst eine delikate zunge mal wieder ok kurzer rückzug ich will speichern jetzt wo ich es einigermaßen in den bock rein schaffe was sagst du generationen haben es ist so vor diesen verwinkelten fahrt beschritten nur er und die seinen hatten die geduld ihm bis zum ende zu folgen wieder killhagen ok da kann ich nicht viel besonders viel machen ich kann mich hier wieder raus teleportieren schnell teleport gute sache das so jetzt müsste der speicherkristall aber immer noch nicht aktiv sein du hast wenigstens schon mal einen pilz zurückbekommen wie viel wiegt das ding nicht besonders viel gut dann rasten wir einfach auch wenn das mittlerweile ziemlich lang dauert bei ihr und es wieder dunkel wird also hier lang geht es wahrscheinlich zum fluss falscher weg ja aber ich muss sagen wir kommen jetzt doch ganz gut durch den bock durch sind zwar immer noch die nervigen wow wow die wir fast nur mit magie treffen na gut der zauber trifft eh alles hallo letzter tempel du bist wahrscheinlich die erde oder dies ist der elementare schreit der erde die rode der vitalität der berge und der ebene den südwesten ist wie wurde ihre macht am stärksten ist munition alle materie ist von 24 grundlegenden elementen geformt feuer erde und wasser feuer liegt die gegenüber von wasser wie luft gegenüber von erde liegt aber ohne ein fünftes element da wäre es keins gewisskeits esse wie die vier elemente sich selber gegeneinanderseitig auflösen würden das fünfte element ist irgendwo auf diese insel versteckt suche es und er lange erleuchtung und ja den satz kennen wir das ist immer dasselbe mit dem bringt vier power gems ja hier geht es runter in die grube und hier ist noch was ich bin das rechte auge das erinnert mich an etwas also komm das erinnert mich an etwas rechtes auge so rechtes auge und hier haben wir irgendwo ein linkes auge gehabt das auch gesehen hat wohin der meteor gefallen ist daran kann ich mich noch gut erinnern das wäre auch wieder so ein rätsel wo wir ausgraben müssen wahrscheinlich hey ich werde den knopf garantiert noch nicht drücken so hier geht es nur runter da geht es auch nur runter na gut da hätten wir wenigstens die wege nach oben schon mal wieder will ich wissen was da unten ist naja ich finde es einfach heraus indem ich runterfalle so das kann ich nicht zerhauen das ist nur ein rundes schild ein anti-venom du hast ein bisschen hunger hier kriegst delikate froschzunge ja will ich erst herausfinden wo der meteorit runter gestürzt ist ja das will ich irgendwie weil ich habe nicht noch mal lust da auf den hamlet zurück zu gehen und da zu sterben ich habe nämlich so das gefühl der meteorit hallo ist was besonderes das war's dann ist was auch immer du jetzt gerade gefressen hast tarions zepter warum nicht warum eigentlich immer tarion was hattest du noch mal zu sagen ach ja das war das mit dem äh vox okay und ja ich weiß ich verlasse den box schon wieder äh nein erst machen wir das mit meteor dann können wir wieder in den box ich weiß das rechte auge das linke auge war irgendwo in diesem in diesem haus der nadeln so bist du stormbridge ja ja da oben lang genau hier drin ich glaube sogar das war in der nische da ja ich bin das linke auge äh wie habe ich dich markiert hier unten rechtes auge okay okay linkes auge okay die treffen sich irgendwo äh da 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 ich setze mal kurz markierungen hier entlang des weges dass ich sie verteile so 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 hier über die Ohren und dann würde ich sagen ja so hier hier in dem gebiet ähm und jetzt von hier aus so so hier von da aus weiter nach hier von da aus weiter gerade aus hier ok mit die uhr fragezeichen so da machen wir nichts haben die machen wir mal kurz weg rechtes und linkes auge lasse ich mal so so da ist da vielleicht der meteor ja das hat wehgetan was schmerzhaft